Topfgucker TV empfiehlt. Also für das nächste habe ich mir einen Assistenten geholt. Mein Sohn Oliver. Er ist schon ganz groß und kocht gern und grillt gern mit dem Papa. Und du isst ja gern Banane, stimmt's? Ja. Weil Banane muss man schütteln, ne? Bananen, Saft zumindest. Wir machen das jetzt so, wir teilen uns die Arbeit. Die Banane, den Strunk machen wir ab, den brachen wir nicht, den machen wir auch ab. Und dann schneide ich die ein. Jetzt machst du die auseinander und der Oliver macht jetzt den Honig in die Mitte. Schön verteilen von oben nach unten. Ja, genau. Gut, sehr schön. Gut gemacht. Jetzt nimmst du die Zange und legst es auf den Grill und zwar an die Seite. Ne, in die Mitte oder soll ich es machen? Machen wir unter zusammen. So. Jetzt legen wir das hier hin. Hier an die Seite. Und du willst mal von mir wissen, warum ich das erst an die Seite lege. Ganz einfach, in der Mitte ist noch zu viel Hitze. Dann verbrennt das zu schnell, wenn man es erst an die Seite legt. Man sieht, das gerinnt, das Eiweiß. Wir machen es jetzt schon mal drehen. Und dann, wenn wir das dann durchgebraten haben wollen, dann regen wir in die Mitte. Pass auf, dass der Honig nicht wegläuft. Einwandfrei. Sieht gut aus. Und wir schauen mal hinein in die Banane. Die blubbern schon ein bisschen vor sich hin. Ich glaube, unser Olli kriegt langsam Appetit und will bestimmt bald kosten. So Oliver, deine erste gegrüllte Banane. Die ist fertig. Guck mal, wie schön die aussieht. Und ich wette mit dir, die schmeckt. Die ist ja nun schön weich geworden. Die kannst du aussöffnen. Und dann sagst du uns, ob es schmeckt. Aber ehrlich, ne? Ist lecker. Ja, bist du überzeugt davon? Ja. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de